Die Vorrichtung für den nächsten Todeskandidaten. Dieser muss auf dem Metallstuhl Platz nehmen. Hier wird er an den Füßen festgeschnallt. Eine Zielscheibe wird ihm an die Brust geheftet. Ein Erschießungskommando erledigt den Rest. In der sogenannten Todeskammer im US-Bundesstaat Utah soll die Exekution durch Erschießen wieder eingeführt werden. So hat es der Senat des Staates entschieden. Nun muss nur noch der Gouverneur zustimmen. Die Einschusslöcher dokumentieren den letzten Fall. In dieser Todeskammer wählte zuletzt 2010 der Doppelmörder Ronny Lee Gardner den Tod durch Erschießen. Sein Bruder Randy protestiert gegen die Wiedereinführung der Erschießungskommandos. Er ist nicht allein. Die Methode ist von allen US-Staaten, in denen die Todesstrafe noch gilt, längst als zu barbarisch verboten worden. Utah hatte Erschießungskommandos 2004 abgeschafft. Doch derzeit gehen den USA die Medikamente für die alternative Hinrichtungsspritze aus. Wegen wachsender Proteste hatten diverse Firmen die Produktion der Substanz eingestellt. Der Vorstoß des Bundesstaats Utah könnte von anderen Staaten kopiert werden. Der republikanische Gouverneur von Utah hat noch nicht signalisiert, ob er das Gesetz verabschieden werde.